Unser Projekt heute zu erzählen, Zukunftsforum Klimafreundliche Hochschulen. Ich bin Sarah Heinlein und bin selber beim Netzwerk N angestellt und leite das ganze Projekt, aber dazu gleich ein bisschen mehr. Und vielleicht, damit Sie so ein bisschen eine Vorstellung haben, was Sie jetzt hier erwartet in unserer kurzen Session. Wir haben ja gute 20 Minuten gemeinsam. Ich werde gleich ein bisschen was über das Projekt erzählen und wer dann überhaupt hinter dem Projekt steckt. Und dann kurz darauf eingehen, was so ein bisschen unser Ansatz halt auch ist und uns vielleicht auch ein bisschen oder das Projekt ein bisschen unterscheidet zwischen, wenn Hochschulen sich auf den Weg zum Klimaschutz machen und einen sehr, ja, sehr engen Blick haben, einfach auf die Bereiche so Campus und Betrieb. Wir haben da so ein bisschen einen breiteren Ansatz und da werde ich zu berichten. Und dann gehe ich darauf ein, wie das Projekt genau aufgebaut ist, was wir so erstellen, wie wir Hochschulen begleiten und dann vielleicht auch für Sie ganz spannend, wo Sie halt auch Möglichkeiten haben, an dem Projekt teilzuhaben, zu profitieren und sich selbst vielleicht auch einzubringen. Und dann haben wir am Ende auch noch ein bisschen Zeit für Fragen von Ihnen, obwohl ich Sie natürlich auch sehr gerne herzlich dazu einlade, später nochmal in den Netzwerktisch zu kommen, wo wir uns dann auch mal unterhalten können. Ja, vielleicht einmal ganz überhaupt zu dem Projekt, so Zukunftsforum klimafreundliche Hochschulen. Wir sind ein Projekt, was gefördert ist vom BMWK über die NKI-Förderrichtlinie und laufen drei Jahre. Wir haben jetzt vor knapp einem Jahr gestartet und sind drei VerbundpartnerInnen. Das ist zum einen der Netzwerk N e.V., das ist ein Verein, der vor allem von Studierenden und jungen Beschäftigten geführt wird und deutschlandweit sich für die nachhaltige Transformation an Hochschulen einsetzt. Und genau, ich glaube, sehr, sehr bekannt ist zum Beispiel das Wandercoaching, wo wir Studierenden in ganz Deutschland Methoden und Skills an die Hand geben, um sich in ihren Hochschulen einzubringen. Und ja, wir bringen halt gerade auch viel so Expertise mit in dem Bereich Studienpartizipation. Wie werden halt Studierende beteiligt und sind aber auch sehr eng vernetzt mit dem DG Hoch N, mit anderen AkteurInnen, die sich halt für Nachhaltigkeit an Hochschulen einsetzen. Dann haben wir als Verbundpartner die Hochschule Eberswalde mit dabei, die ja selber schon seit vielen, vielen Jahren ein Klimaschutzkonzept hat und viel im Bereich Nachhaltigkeit macht und dort viel Expertise halt auch auf der technischen Ebene mitbringt, aber auch auf der Bildungsebene. Und die Universität Vechter, die viel im Bereich BNE und Lehre und Governance forscht und da so ein bisschen ihre Expertise mit reinbringt. Und ja, was ist überhaupt das Ziel von unserem Projekt? Also wir wollen, dass kurzfristig die Hochschulen, die an dem Projekt teilnehmen, eine Treibhausgasemission, die quasi einsparen, also eine Reduktion um 10 Prozent erreichen und dass langfristig ganzheitliche Klimaschutzkonzepte entwickelt werden nach dem Whole Institution Approach. Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu, was dahinter steckt. Und halt, dass die Hochschulen auch so eine Vorbildfunktion mit reinnehmen und dass wir es auch schaffen, die Ergebnisse, die mit den Hochschulen erzielt werden, dort einen Transfer zu leisten und andere Hochschulen zu vernetzen und halt auch die Ergebnisse, die wir haben oder auch die Sachen, die im Prozess erstehen, auch anderen Hochschulen zugänglich zu machen, damit halt auch Hochschulen, die nicht in der direkten Begleitung von uns sind, davon profitieren können auf ihrem Weg zu mehreren Klimaschutz. Und ja, vielleicht war ich auch nochmal interessant, wer steckt überhaupt da alles hinter? Wir sind ein Team von 10 Menschen. Ich glaube, eine Person gerade fehlt noch genau. Und bestehen halt sowohl aus Projektmitarbeitenden beim Netzwerk N, verschiedenen studentischen Hilfskräften in den Projekten, Projektmitarbeiterinnen der HNE und der Uni Vechter und mit Prof. Dr. Nölting und Prof. Dr. Marco Riegmann auch zwei Professoren, die besondere Expertise in dem Bereich BNE und Governance haben. Und mich interessiert es natürlich auch, wo Sie alle herkommen. Vielleicht interessiert Sie das auch untereinander. Und ich habe so eine kleine Abstimmung vorbereitet, wo Sie gerne einmal verraten, aus welchem Bereich Sie denn kommen, ob Sie direkt an Hochschulen sind oder extern sind und wenn Sie an Hochschulen sind, aus welcher Statusgruppe Sie kommen. Ich lasse es mal so ein bisschen parallel laufen und gehe da gleich kurz drauf ein. Ich kann auch ein bisschen was bei den Hochschulen erzählen, wenn wir mit denen unterwegs sind, wer da denn immer mit uns zu tun hat. Ja, und davor will ich vielleicht noch mal kurz was zu dem Frame erzählen, den wir haben. Und zwar geht es bei uns nicht nur darum, dass halt einfach Klimaschutzkonzepte entwickelt werden. Die NKI fördert das ja deutschlandweit, dass Hochschulen Klimaschutzkonzepte entwickeln. Und da wird oft einfach eine Betrachtung gemacht von dem Bereich Campus und Betrieb. Das heißt, es wird geguckt, dass eine THG-Bilanzierung gemacht wird, also eine Treibhausgas-Bilanzierung und dann auf die Hard Facts, so wie Energie, Stromverbrauch, wie sind die Gebäude gebaut, wie ist die Dämmung und so weiter, welches Papier wird benutzt, wie ist die Mobilität vielleicht. Das sind sogar auch nochmal Aspekte, die noch gar nicht immer betrachtet werden. Aber wir sagen, wir wollen den Whole Institutional Approach, weil wir sagen, nur wenn gesamtinstitutionell die Hochschule betrachtet wird, ist es auch so, dass es einen langfristigen Projekt oder langfristigen Effekt gibt für mehr Nachhaltigkeit an der Hochschule, für mehr Klimaschutz. Das heißt, wir sagen, wir wollen halt auch die Bereiche Lehre, Forschung, Transfer betrachten, aber halt auch vor allem den Bereich Governance und zu gucken, dass dort gute Strukturen für gesundes Arbeiten, für partizipative Strukturen aufgebaut werden, um langfristig im Klimaschutz an der Hochschule zu leben. Und das heißt, bei so einem Prozess ist es uns auch total wichtig, dass wir einen statusübergreifenden Prozess haben. Das heißt, wir wollen, dass in der Hochschule nicht nur Menschen aus der Verwaltung oder aus der Hochschulleitung sitzen, sondern auch Studierende, Leute aus der Lehre und Forschung. Ich sehe jetzt gerade hier heute auch, es sind viele aus der Verwaltung dabei. Wir haben aber auch, genau, von jeder Hochschulgruppe, das finde ich ziemlich schön, dass aus jeder Gruppe heute mindestens eine Person da ist. Und das ist auch an unseren Hochschulen, die wir begleiten, häufig so, dass die größte Gruppe Menschen aus der Verwaltung sind, was auch sehr wichtig ist, dass dort halt auch Leute aus den verschiedenen Positionen einbezogen werden, aber dass wir halt auch immer Leute aus der Studierendenschaft und aus der Hochschulleitung dabei haben. Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt anklicken kann. Den Link kann ich am Ende auch noch mal zur Verfügung stellen. Das ist noch mal auch ein, oder ich erzähle da ein bisschen zu, wo das überhaupt draufliegt. Dieser Link, der führt nämlich zu einem Wissenspool, den wir in dem Projekt erstellen, wo was für den Bereich Studierendenbeteiligung drinsteht. Und man muss halt auch sagen, dass das wirklich so ein bisschen der anspruchsvollste Punkt, sogar einer der anspruchsvollsten Punkte ist, dass gerade diese breite statusübergreifendes Arbeiten gar nicht so einfach ist, weil oft manchmal auch so Beteiligungsmöglichkeiten fehlen an Hochschulen oder auch Studierende, also Studierende zu finden, die sich in solchen Prozessen engagieren, gar nicht so einfach sind, gerade an kleineren und mittleren Hochschulen im ländlichen Raum. Genau, das habe ich nämlich noch gar nicht erzählt. Der Fokus bei uns liegt halt eher auf kleineren und mittleren Hochschulen, also bis zu 10.000 Studierenden, weil wir auch sagen, das sind Hochschulen von der Größe, die, wo wir auch in einer kurzen Projektlaufzeit gute Ziele erreichen können, aber wo halt auch diese Vorbildfunktion der gesamten Institution eine größere Rolle spielt, weil dann gerade Hochschulen in kleinen Kommunen eine sehr große Strahlwirkung in die Region reinhaben. Und wir haben uns halt bewusst entschieden, dass wir sagen, hey, wir wollen dort diese Ansätze fahren, obwohl die natürlich auch übertragbar sind auf größere Hochschulen und auch auf Hochschulen in urbanisierten Räumen. Genau, und wir betreuen zurzeit acht Hochschulen. Im ersten Zyklus haben wir gestartet im Winter mit den ersten acht Hochschulen und wir fangen jetzt im Herbst mit dem zweiten Zyklus an. Das heißt, für den zweiten Zyklus gibt es noch offene Plätze. Das heißt, Hochschulen können sich bewerben, wenn sie Interesse haben, wirklich direkt an dem Projekt dran teilzunehmen. Wir werden eine Bewerbungsphase machen im August, September. Da können sich dann Hochschulen in so einem digitalen Fragebogen bewerben. Das ist relativ niedrigschwellig gestaltet. Und uns geht auch nicht darum, dass die Hochschulen schon ganz viele Bausteine umgesetzt haben, sondern das Wichtigste für uns ist zu sehen, dass es ein breites Interesse und Beteiligung an der Hochschule gibt. Das heißt, dass alle Statusgruppen auch wirklich wollen und dass dargelegt wird, dass es halt ein Prozess ist, der quasi erfolgsversprechend ist und da großes Interesse an der Zusammenarbeit ist. Und genau, aber welche Ressourcen schon da sind oder was schon umgesetzt wurde, ist halt nicht so von hoher Priorität, um an dem Projekt teilzunehmen. Und wenn Hochschulen teilnehmen, genau, gibt es so verschiedenste Angebote, die es von uns gibt. Ich gehe da jetzt gleich so, ja, hier einmal mit einer Roadmap drauf ein, aber gleich werde ich das nochmal detaillierter im Begleitprozess zeigen. Es gibt so ganz grob drei Bereiche, die wir anbieten für die Hochschulen. Es gibt halt einmal so obligatorisch für die Hochschulen, das sind Veranstaltungen, die an den Hochschulen auch stattfinden. Das ist ein gemeinsamer Kick-Off. Bei den Hochschulen haben jetzt gerade die Kick-Offs alle stattgefunden. Da haben wir einen statusübergreifenden Workshop gemacht, meistens immer so mit 20 Personen, wo es so ein bisschen um das Kennenlernen des Projekts geht, um Visionenfindung des Projektes geht. Das ist sozusagen der erste Präsenz-Workshop. Dann gibt es dann folgende weitere Präsenz-Workshop, die die Hochschulen begleiten in ihrem Prozess, wo dann halt immer zu bestimmten Meilensteinen in Workshops, ja, Themen erarbeitet werden. Und dann gibt es zwischendurch, also insgesamt zweimal Zwischenkonferenzen. Die eine Konferenz wird jetzt am 13.09. in Eberswalde stattfinden, wo alle Hochschulen oder alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Also nicht nur die, die am Projekt teilnehmenden Hochschulen, sondern auch Hochschulen, die vielleicht schon selber sehr weit im Prozess sind oder sich auf den Weg machen wollen oder sich einfach austauschen wollen zum Bereich Klimaschutz an Hochschulen, sind da eingeladen. Und das ist jetzt im September und dann im April 26 zum Ende des Projektes wird es das nochmal geben. Das sind so obligatorische Bausteine. Und dann gibt es verschiedene Bausteine, die wir halt, die für die Hochschulen bei Bedarf angeboten werden und die zum Teil auch geöffnet sind für alle Hochschulen, die Interesse haben. Das ist einmal, haben wir monatliche Sprechstunden, wo man herkommen kann und sich einfach austauscht. Dann bieten wir, haben wir einen Wissenspool. Ich stelle mal den Link einfach. Ich stelle mal einfach den Link in den Chat, dann ist es am leichtesten zu sehen. Das ist ein Wissenspool. Den haben wir angesiedelt beim DG hoch N. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, dass wahrscheinlich bei den meisten der Begriff DG hoch N bekannt sein wird. Das ist ein Zusammenschluss oder ein Dachverband für Hochschulen im Bereich Nachhaltigkeit, die gemeinsam an deutschlandweit auf Hochschulleitungsebene, Professorinnenebene arbeiten für mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen. Und die haben ein Wiki und dort an das Wiki angesiedelt haben wir das Wiki von unserem Projekt, wo es halt mannigfaltige Informationen gibt rund um Klimaschutzkonzepte und wie die entwickelt werden. Und das wird wachsen über die Zeit. Also wir sagen, das ist jetzt mit 15 Prozent gefüllt oder so und das wird in den nächsten drei Jahren wachsen. Da können Sie viel Informationen finden und die Hochschulen natürlich auch. Und dann gibt es regelmäßige digitale Workshops, die auch geöffnet sind. Das heißt auch für Sie, wenn Sie zum Beispiel bei den Newsletters sich anmelden, kriegen Sie auch immer die Termine zugeschickt und können an den Workshops teilnehmen. Das kommt später nochmal, aber im nächsten Dienstzeit gibt es zum Beispiel einen Workshop zum Bereich Gebäudemanagement. Und dann stellen wir natürlich verschiedenste Materialien für die Hochschulen zur Verfügung. Und was dann auch noch spannend ist, ist, dass wir eine komplette Schiene haben für das Empowerment von Studierenden, weil gerade für Studierende ist es manchmal gar nicht so einfach, so an solchen Prozessen sich zu beteiligen und einzubringen. Es gibt sowohl zum Beispiel einen Wissens-Gap als auch einen Hierarchien-Gap für die. Und manchmal gibt es auch gar nicht die Formate, wo sie sich wirklich einbringen können. Und wir unterstützen deswegen die Studierenden an den Hochschulen nochmal gesondert. Das heißt, wir haben immer zum Anfang jedes Zykluses, also wir hatten das jetzt im Januar, und der beim zweiten Zyklus, der wird ja im Herbst starten. Das heißt, im Dezember werden wir das nochmal machen, dass wir eine Empowerment-Schulung haben, wo dann die Studierenden von allen Hochschulen zusammenkommen an einem Ort. Das wird komplett finanziert und wir die Studierenden Wissen und Skills an die Hand geben. Und dann werden die Studierenden individuell betreut von sogenannten Buddies, die die Studierenden dann bei offenen Fragen helfen, auch mal zu den Studierenden vor Ort hinkommen, um Empowerment-Tage durchzuführen und dann auch nochmal gesonderte Austauschformate für die organisieren und Inputs. Ja. Genau, übrigens, ich hoffe, dass ich nicht zu schnell oder so erzähle. Also, wenn Sie mal Fragen haben, direkt in den Chat einfach schnell rein. Aber genau, jetzt kommt vielleicht nochmal sehr interessant, wie sieht das denn dann konkret aus? Also, wie ist denn so dieser Begleitprozess? Und das ist jetzt so ungefähr, was Sie jetzt auf der Folie sehen, der aktuelle Stand. So, wo stehen wir jetzt und wie sind die nächsten Schritte? Das heißt, es ist jetzt nicht der Begleitprozess von den ganzen zwei Jahren, wenn eine Hochschule daran teilnimmt, sondern das sind die Schritte am Anfang. Also, es startet ja mit dem Kick-Off und dann kriegen die Hochschulen von uns verschiedene Sachen an die Hand gegeben. Also, sie werden darauf begleitet, eine THG-Bilanzierung durchzufinden. Da arbeiten wir, kooperieren wir mit Beilkalk und Klimax. Das sind Tools, die in Sachsen-Anhalt und in Bayern genutzt werden und dort an den Hochschulen sehr etabliert sind. Und wir begleiten die Hochschulen, diese Tools zu nutzen, um selber eine Bilanzierung zu machen. Wobei es nicht verpflichtend ist, diese Tools zu nutzen. Also, wenn man sagt, ich finde ein anderes Tool besser, ist es auch okay. Aber da bieten wir explizit auch nochmal Begleitung an. Dann kriegen die Hochschulen qualitative Fragebögen zu diesen verschiedenen Handlungsfeldern, die ich ja vorhin vorgestellt hatte. Also, ob das Transfer ist, Lehre ist, Governance ist, um qualitative Daten zu erheben, um den Status quo zu beschreiben. Und wir stellen digitale Umfragen zur Verfügung, wo dann die Hochschulangehörigen angefragt werden, wo dann auch Bereiche wie Mobilität von den Hochschulangehörigen abgefragt werden und so weiter. Und all diese Daten fließen in einen Status quo-Bericht ein. Und diesen Status quo-Bericht, diese ganzen Vorlagen liefern wir den Hochschulen auch. Und dann geht es halt über Schritte von verschiedenen Analysen, Akteursanalyse, Darfsanalyse, Potenzialanalyse, geht es dann schrittweise dazu, dass halt so der Status quo dargestellt wird und geguckt wird, welche Potenziale gibt es. Und danach geht es halt dann in die Maßnahmenentwicklung. Und da stehen unsere Hochschulen gerade. Also, die Hochschulen, die jetzt gestartet sind, sind alle dabei, gerade diese Analysen durchzuführen, um die Status quo-Erhebung abzuschließen, um dann gut vorbereitet zu sein in einem Prozess der Maßnahmenentwicklung, wo wir geguckt haben, dass da auch eine breite Beteiligung erreicht wird und verschiedene Statusgruppen und verschiedene Bereiche an den Hochschulen halt auch ihre Maßnahmen mit reinbringen. Genau. Und vielleicht, wenn Sie jetzt sagen, boah, das geht jetzt aber alles ziemlich schnell und diese ganzen Schritte, wir werden halt sowohl in den Wissenspool als auch in einen gesonderten Leitfaden diese ganzen Schritte reinpacken. Das heißt, es wird am Ende des Projektes einen Leitfaden geben, der für jede Hochschule frei verfügbar ist, wo all diese Schritte drin sind, wo auch die ganzen Begleitmaterialien, also die qualitativen Fragebögen oder wie haben wir die Online-Fragebögen, welche Fragen sind da drin. Das wird alles in diesen Leitfaden reinkommen, gesammelt mit Good-Practice-Beispielen, die wir jetzt an den Hochschulen sammeln und das wird dann zur Verfügung gestellt. Aber Sie können auch, wenn Sie sagen, boah, das Leitfaden dauert jetzt aber noch zwei Jahre, ich will aber jetzt schon, ich will vielleicht als Hochschul nicht begleitet werden, aber ich finde irgendwie, habt Fragen oder so, immer gerne auf uns zukommen oder auch zu den Sprechstundenanfragen dazukommen. Genau, also wir können nur 15 Hochschulen eng begleiten, aber wir wollen natürlich so eine Blaupause für Hochschulen in ganz Deutschland erarbeiten und sind dann natürlich auch im engen Austausch mit Hochschulen, die schon Klimaschutzkonzepte entwickelt haben. Aber wie gesagt, in der Regel sind es keine Whole Institution Approach, also keine ganzheitlichen Klimaschutzkonzepte und gerade da liegt halt bei uns auch so ein bisschen dieser innovativere Ansatz. Ja, ich glaube, jetzt habe ich schon, wir haben noch, genau, jetzt vielleicht ganz kurz nochmal, hey, was gibt es denn nochmal für uns? Also wenn ich jetzt nicht direkt am Projekt teilnehme, können Sie natürlich auch mir gerne auch eine Mail schreiben unter heinlein.netzwerk-n.org, aber ich schreibe die E-Mail in den Chat rein. Gibt es aber auch Sachen, wo Sie jetzt schon, wo Sie jetzt mitmachen können. Also Sie sind herzlich eingeladen, bei der Konferenz teilzunehmen. Sie können den Newsletter abonnieren. Da kommen Sie auch über unsere Homepage vom Netzwerk N. Können Sie den Newsletter auf der ZKH-Seite finden. Sie können den Wissenspool nutzen. Sind herzlich eingeladen, zu den digitalen Inputs zu kommen, die wir regelmäßig anbieten. Also ungefähr so drei Stück pro Semester. Zwei haben dieses Semester schon stattgefunden. Der dritte ist am Dienstag. Und natürlich den Leitfaden, den es später geben wird. Das ist so ein bisschen was, was wir allen Hochschulen jetzt auch schon anbieten können. Ich schicke gerade die Links so ein bisschen noch mal in den Chat rein. Ja, und jetzt habe ich genau ein bisschen was erzählt. Sehr schnell durch. Aber ich hoffe, Sie konnten gut folgen. Aber ich will Sie natürlich auch gerne noch mal zu aufrufen, ob Sie Fragen haben. Und stellen Sie die gerne in den Chat rein. Oder sagen, ich würde aber auch gerne das persönlich fragen. Dann können Sie sich auch gerne hochschalten. Wir können Sie dann gerne freischalten. Sie können auch sprechen. Ja, super. Vielen Dank für den spannenden Input. Ich würde an dieser Stelle jetzt auch einmal die Aufnahmen beenden.